Auf vielfachen Wunsch jetzt hier ein kurzes Video, wenn man in Scratch unterwegs ist und man ist mit Fireworks unterwegs und man kann Scratch online nicht verwenden. Dann legt es daran, dass Flash nicht aktiviert ist. Wenn ich jetzt hier hergehe auf Scratch-Seite, auf Entwickeln, ich bin in Firefox, dann sieht man nichts. Warum sieht man nichts? Weil nämlich Flash nicht aktiviert ist. Ich gehe hier zurück, wieder zu dieser Scratch-Seite und gehe dann hier rechts herauf, gehe dann auf Add-ons, gehe dann auf Plug-in, das wäre hier das Menü Plug-in, gehe dann hier, da steht es Shockwave-Flash, man muss Flash installiert am Computer, das muss man gesondert machen, das erledigt der Firefox nicht. Das ist bei Chrome anders, da ist Flash schon dabei, aber hier zum Firefox zurück. Dann gehe ich hier auf von nie aktivieren, gehe ich auf Nachfragen, ob aktiviert werden soll. Ich habe das jetzt hier, mache das hier zu, das müsste jetzt passen und dann gehe ich jetzt hier wieder auf die Scratch-Seite, auf Entwickeln, gehe hinein und es wird dann hier schon dargestellt, das heißt ich kann jetzt hier Flash verwenden. Ich habe es gleich eingeblendet, weil ich vorhergehend schon einmal Flash hier auf dieser Seite aktiviert hat, dann hat sich die Entscheidung gemerkt, bei dir wieder nachfragen, ob du Flash aktivieren möchtest. Also weißt du jetzt somit, wie man Flash in Firefox aktivieren kann und aktivierst Flash nur für diese Seite hier für Scratch, also nicht für andere Seiten, es besteht also kein Sicherheitsrisiko, wenn du hier Flash aktivierst. Gut, soweit, dann bis zum nächsten Video. Gut, soweit, dann bis zum nächsten Video. Idee Untertitelung. BR 2018